Wer auch immer uns buchen will, haben wir uns natürlich auch bei sich spielen lassen. Ich vergiss dir mehr zu sagen. Tut mir leid, ich meine. Wir kommen immer mit dieser Rockland-Bühne angereist. Also euer Garten sollte so groß sein, dass wir mit dieser Bühne hier drauf passen, bitte. Aber ich denke, heute hat jeder so einen großen Garten. Garten ist das Deutschlands Lieblingshaustier. Keine Ahnung. Das nächste Lied sucht der Hände für euch mit einem Fuß. Applaus! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020